Anlaufgeschwindigkeit. Schauen wir mal, ob es klappt. Ja, das war besser. Das war besser. Das sind vielleicht sogar sieben Meter. Im letzten Versuch. Jetzt stimmt es, endlich. Zuerst zu weit, dann zu kurz. Und jetzt... Sieben Meter 16! Das ist noch einmal eine Verbesserung. Und der Rückenwind 0,4. Also der war im Bereich des Zulässigen. Und wenn ich jetzt gleich richtig weiß, ist das die Weite, die auch Sostin Mugenara mal sprang. Also, das ist eine fantastische Leistung hier. Sieben Meter 16! Natürlich Weltjahresbestleistung. Und die hielt sie ja selber mit 7,07 Meter. Sie wusste, dass sie...